So, äh, ich glaub hier kriegen wir nix mehr raus. Ich glaub wir zischen ab, ne? Ja, würd ich auch sagen. Die erzählen alle dasselbe. Hm, da gibt's Würstchen. Dann bleibt man doch noch. Ach, kann ich vielleicht mit dem Stock den, den Ofen anmachen? Beim Koch? Keine Ahnung. Das Feuer war ja aus. Aber bringt uns das was, wenn der die komische Suppe kocht? Keine Ahnung. Wir können ja der Voodoo-Tante das gleich alles abgeben, was wir schon haben. Dann können wir uns bei der auch nochmal umgucken. Ja, vielleicht hat die noch was. Aber die verwendet bestimmt nicht so profane Zutaten wie Käse. Hm, hm. Bücher? Voodoo-Magazin. Spinnungen. Jude Mojo. Gott. Was haben wir hier? Stinktier-Zähne. Iiii. Katzen und Wurmer. Asche zu leben. Stinktier. Die sind unbeschriftet. Vorführmodell. Hallo Oma. Hast du mir weitere Zutaten gebracht? Ich habe etwas Spucke. Hervorragend. Du kannst das Papier behalten. Ich habe einen Knochen seines Großvaters. Perfekt. Hast du die letzte Zutat? Ich bring es später vorbei. Nun geh. Ja, Mama. Hm. Oh, jetzt kann ja nicht sein, dass es hier gar nichts gibt. Da war jetzt aber nichts mehr. Die Tante, wenn du da rüber gehst, dann redest du sofort mit der Tante. Ja. Das ist ja wirklich nur die Voodoo-Tante. Jetzt versuch mal irgendwie das, den Schlamm zu kriegen aus dem Sumpf. Irgend... Sieht sumpfig aus. Voller Schlamm. Und... Mir! Mir allein! Ja, mein Schatz! Ja, mein Schatz! Er ist zu mir gekommen! So, jetzt müssen wir das irgendwie... Übertyp sie... Ah, ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Ich weiß, wie wir es machen. Na dann, machen wir mal. Ich habe nur so eine Idee. Den stellen wir jetzt auf die Tür drauf. Ja. Und versteck dich. Hinter dem... Ich glaube, ich höre Lago kommen. Platsch! Hey, was zur Hölle? Was gehe ich hier vor? Wer auch immer das war, er wird bezahlen. Ich kriege dieses Ding nicht von meinem Kopf. Aber wenn ich es zum ersten Mal vom Kopf habe, wird es jemand ziemlich leid tun. Okay. Doch, das hätten wir tun sollen. Er sah mächtig wütend aus. Ach, Quatsch! So. Wenn wir die Wutupuppe haben. Guck mal in den Futternapf. Vielleicht ist da was drinne. Käse-Reste. Das sind aber wirklich nur Reste. Mh, mh, mh. Mh, mh. Die Umrisse der Löcher. So. Jetzt müssen wir nur diesen Schein kriegen. Mh, den wird er sicherlich mitnehmen. Du machst mich wahnsinnig, Marty. Deswegen... Nennt man mich ja auch Mad Marty. Hör zu, ich will es umsonst und heute Nacht. Umgebracht? Wen hast du umgebracht? Ich rede über mein Hemd. Nein, nein, ich bin nicht verklemmt. Ich verstehe das, wenn einer einen umbringt. Ich sagte, ich brauche es heute Nacht. Was? Wohin hast du die Leiche gebracht? Das ist ja hoffnungslos. Du da! Sagst ihm, dass er... Dass ich es heute Nacht haben will. Wen hast du umgebracht? Und wo hast du die Leiche verschaft? Vielleicht muss man das erst aufmachen. Schachtel ist zu. Nein, der muss... Ah, ja, okay. Tja, und jetzt? Da fehlt irgendwas zum Ziehen. Ich glaube, da fehlt noch irgendwie eine Schnur oder so. Okay, dann reden wir mal mit Mad Marty. Ich würde gern etwas abholen. Hast du deinen Wäschereizettel, Junge? Mami hat ihn weggeschmissen. Genau. Was? Was? So behandelst du meinen Zettel? Das ist doch kein Klopapier. Hoppla, eigentlich wollte ich gar nicht mit dir reden. Okay, ich glaube, ich glaube, wir müssen nochmal ein Hotelzimmer und das nochmal durchsuchen nach dem Zettel. Ja. Ich würde es heute Nacht bringen. Du hast den Rufen gebracht. what? Wo soll die Schubladen? sie klemmt was gibt es denn noch das bett oder das und robe ist nix auf dem nachttisch ich will das nicht probieren etwas überreste bett hatten wir gemälde da ok skype kommt es zusammengebrochen und gleich wieder da aber ist so 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 Vielen Dank.